Hallo zusammen, ich bin Carina, bin 18 Jahre alt und mache meine Lehre bevor ich hier arbeite. Ich habe schon seit der siebten Klasse gewusst, das sind meine Lehre in der Immobilienbranche machen wollte und mit dieser Entscheidung bin ich auch vollkommen zufrieden. Um ehrlich zu sein, bin ich durch die Sendung Mieten, Kauf und Wohnen auf diesen Beruf gekommen. Es leute hier sehr gerne. Man kann miteinander spätseln, aber auch sehr ehrlich zueinander sein. Wir Lehrlinge können hier alle vier Monate das Team wechseln und dadurch kommen wir auch in eine neue Abteilung. So sehen wir, wie unterschiedlich der Arbeitsalltag kann sein. Momentan bin ich in der Berufhaltung und es ist ein grosser Unterschied zur Verwaltung. Aber jede Abteilung hat ihre Vorbereitung. Nach den drei Tagen im Büro besuche ich noch zwei Tage Berufsschule. Ob es streng ist, gehe ich gerne in die Schule. Vor allem Englisch und Geschichte machen wir Spass. Um auch noch ein Ausgleich zu bekommen vom ganzen Büro und Schule, tanze ich in meiner Freizeit sehr gerne. Mein nächster Ziel ist erst mal das EFZ und die Berufsmatur zu verstehen und die in meinen Hängen zu halten. Bis dann weiter geht, weiß ich noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bleibe schon noch gerne in dieser Branche. Bis dahin! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017